Ah, da hinten ist was. Das wird Klickspringen, wir werden reich dadurch. Es kommt zu mir. Nein. Ah, nein. Hilfe! Yellow, liebe Leute. Ich spiel zum ersten Mal Pondin Warning. Ich bin aber heute nicht alleine, denn... Wer ist das denn? Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Aber zum Anfang, wie jedes Mal, möchte ich darauf hinweisen, dass 87,7% die Videos gucken nicht abonniert haben. Das geht gar nicht. Nee, 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 nee. Da muss man irgendwas ändern. Man muss mal kurz mal auf diesen Knopf da unten drücken. Ich weiß nicht, ob er jetzt rot oder weiß ist, wie auch immer. Ja, jedenfalls. Ja, das ist mein erstes Mal Content Warning. Alex ist dabei. Wir müssen Content machen. Guten Content. Ja, ich nehme sie, wenn du magst. Nimm dir einfach mal eine Taschenlampe mit, weil sonst der Strom ausgeht. Und dann gehen wir mal runter, wa? Ja. Abtauchen, abziehen. Boah, ist das laut. Hau einmal bitte die Tür mal kurz aus. Okay. Drei, zwei, eins, Und bitte. Moin, guten Tag. Willkommen zu einem neuen Video hier. Wir sehen diesmal in dieser dunkle Rede. Viel Spaß beim Video. Boah, das war ein super Clip. Gehen wir mal runter, ne? Ja. Boah, hier ist ja dunkel. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin, ne? Dunkel. Oh. So. Wo können wir lang? Wollen wir geradeaus? Oder links? Ah, hier links. Jetzt habe ich gerade nicht so viel Bock. Ja, gut, dann gehen wir geradeaus. Oh. Guck mal. Da ist ein Knochen. Ohi. Du hast den sogar in der Hand. Wir haben jetzt nur noch 81% Speicherplatz übrig. Das steht da oben. Ey, guck mal, da ist der Monster. Ohi. Oh, da ist ein Gehirn. Oh mein Gott. Pakofaz. Mein Tum. Ah, ah. Da hinten ist was. Da. Ich filme sie, ich hab sie drauf. Ich hab sie drauf, alle. Oh yes. Das wird Klicks bringen. Wir werden reich dadurch. Oh mein Gott, da kommt auch einer. Ist er tot? Ich glaube, ihr steht gerade. Nein. Ich hab sie auf die Seite. Ich hab sie auf die Seite. Da stehen halt nochmal welche, ne? Oh. Wir gehen hier, wir gehen hier lang. Ah, Hilfe. Bin ich unten? Ne. Hey, wie komm ich denn hier runter? Hey, wie komm ich runter? Was ist das? Und unter mir sind die Viecher. Ey, ich sterbe hier nicht gerade ernsthaft. Muss hier runter. Ich bin tot. Nein. Wir waren beide tot. Ist das krass. Er schläft schon. Wir müssen jetzt auch hinlegen. Ah. Zurück. Oh, ey. Oh. Boah. Okay. Guten Morgen. Weiter geht. Oh. Weiter geht. Weiter geht. Weiter geht. Weiter geht. Ey, was ist da gestern passiert eigentlich? Ich weiß es nicht. Willst du wieder die Kamera nehmen? Diesmal ohne Anmord. Doch, wir machen mit. Wie? Mann. Willkommen. Mach einfach 3, 2, 1 und dann lässt du dir ganz kurze Sekunde Zeit und dann jetzt so. 3, 2, 1. Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder hier in den tiefen Höhlen von Content Warning. Ich hoffe mal, wir finden die Schuhe zu spinnstige Monster. Viel Spaß euch. Wir werden aber keinen Spaß haben. Wir sind dann die kaputte Kamera. Aber sind die jetzt wieder da, wo wir sind? Oder sind die jetzt woanders? Nein, nein. Also, ich hätte jetzt gar nicht rausgehen können, weil ich muss was gegen dich werfen, damit du da rauskommst. Ach so. Oh. Ja, ja, damit ich dich damit befreie. Diesmal ohne erst... Ne, wir versuchen das andere wieder zu holen. Genau, ohne erst die Kamera, die ist ja direkt hier rechts. Okay. Warum ist das... Wir müssen uns einen anderen Weg finden, da hinten. Oh. Eine Wirbelsäule und ein anderes Ding. Lass zurück, ich weiß nicht, wie wir da hinten kommen. Komm jetzt. Weil der Gang ging da hinten dann nach rechts. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Oh nein. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Geh weg von dem Ding. Ah. Hilfe. Du musst jetzt den Fiss, glaube ich, machen. Was steht da, was steht da bei dir? 1, 22. Was, was, was ist das, was? 2. Captage, 2. Oh nein. Nein. Lebe ich noch? Hey Leute, hier haben wir gerade... Oh nein, das, 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 das. Philipps Mutter, oh nein. Ich trinke Wasser. Oh nein, ich trinke... Schokolade! Schokolade! Na ja, Leute, Leute, haben wir das nicht geschafft. Na ja, war ein tolles Studium, glaube ich. Was ich euch sagen kann, ne? Die Videos, die wir jetzt hier ingame produzieren, kann man herunterladen. Und die kommen auf den Zweitkanal, sollte die angucken wollen. Oh, ich lebe wieder. Guten Tag. Sind sie da gestorben, oder? Ne, ich lebe ja noch, glaube ich. Na ja, wir sind so ein wenig abgratzt, ne? Aber wir sind ja da, hier, ne? Pusche. Schau mal, legen wir es nochmal hier rein. Oh mein Gott, ich steck fest. Jetzt hat der Fußfahrt... Nee, ich habs nicht geklaut. Aufs Bilder ein bisschen hochladen. Oh, was das denn für ein cooler Turm? A ja, bist du bereit? Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns mal wieder hier in den tiefen Höhen von Content Warning. Hoffen wir mal, wir finden es schon. Du Spenst kriege Monster nicht, oder? Bitte brauchst du. Hier ist die Kamera, die steht direkt hier rechts. Okay. Oh. Eine Wirbelsäule. Und ein anderes Ding. Geht da weg, geht da weg, geht da weg. Ich muss jetzt einen Fiss, glaube ich machen. Was steht da, was steht da bei ihr? 1,22. Hey Leute, Elian hat verkackt. Oh nein, da ist das, da ist das, da ist das. Philips Mutter, oh nein. Leute, was soll ich denn jetzt alleine machen? Ich bin jetzt hier ganz alleine, weil Elian tot ist. Oh Leute, ich bin in den tiefen Dabell-Groos ganz alleine. Oh Mann. Schokolade! Oh mein Gott, da ist meine Blutelsäule. Na ja Leute, Leute haben mich nicht gesagt. Na ja, war ein tolles Video, glaube ich. Ich hoffe es hat Spaß gemacht, euch zu gucken. Wir gehen morgen nochmal in die Backlums. Und dann... Na gut. Das ist Outro. Na gut. Oh, ich weiß nicht, ob wir die 3K schaffen. Ja, gucken wir mal, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, musst du dafür raus. Boah. Jetzt geht wieder los. Ich kaufe ein Mikrofon. Ah ne alte Taschenlampe, kaufe mal Arno. Ui. Oh, ich hab sogar noch ne Taschenlampe. Komm mal her. Danke. Jaaaaai. Warte, wir machen schnell die andere. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mein eh. Weltsüchtigen. Guten Freunde, ne? Wir können jetzt mal wieder in die Tiefen von Content Warning. Ja. Wir machen uns dann, ne? Hör da rein. So. Schau mal mal, ne? Was wird? Auf den Rosen... Rosenroten Kopf. Ja, ganz bestimmt. Rosenroter Knopf. Öffnen. Willkommen in der Relle. Wir sind auf der anderen Seite. Schauen wir mal, was wird, ne? Uh. Du Junge. Vielleicht kriegen wir jetzt unsere alte Scheiße wieder. Da ist was, glaub ich. Ui. Was ist das denn? Ein Schädel. Ja, ich hab sie da. Oh, geil, man. Wie aus? Ein toller Schädel. So, der. Wir gehen da jetzt noch einmal rein, ne? Okay. Wir müssen da jetzt noch einmal rein. Mal gucken, was auf uns zukommt, ne? Lass klar gehen. Ui. Lass mal hier wegen dem Raum abchecken. Ne, Leute. Schau mal, wir machen das jetzt so. Du nimmst die Kamera jetzt an, okay? Sie nimmt die Kamera jetzt an, bitte. Falls Ihnen was geschieht, ne? Ich hole einfach beide. Das passt schon. Hier will ich, glaub ich, nicht lang gehen. Na, da gehen wir ein bisschen nicht lang. Wir gehen dann hier die langen Gang rüber. Ist hier jemand? No, das kann nicht. Aber schau mal. Wuhu. Boah, ich hab mich voll erschrockelt. Ich hab kurz gedacht, der krabbelt jetzt ein Monster aus dem Boden oder so. Ich hab keine Ahnung. Das ist crazy. Du und deine Gedanken immer. Ah, da ist ein Schiff. 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 Da war die, da war die gute Schiff. Ich muss hier einmal eine Runde rennen. Oh, die kommt, Alter. Die Spinne kommt, ey. Renn weg. Renn nur daneben, ey. Lass mich nicht zurück, Tor. Was? Oh, das ist ein Schiff. Oh, ich bleib hier. Nein, nicht hoch, komm. Dicke Mann, Dicke Mann. Oh mein Gott. Dicke Mann, komm. Dicke Mann, komm. Dicke Mann. Oh mein Gott. Ich bin auch Dicke Roll neben dem Feldzeug. Wie geht's wieder an? Ein kleines Interview mit dir nehmen. Warum sind sie so fett an? Bleib fern von mir. Bleib fern von mir. Bleib fern von mir. Bleib fern von mir. Wir machen jetzt Meta. Komm, wir spielen ihn einfach aus. Komm. Dann hier. Ich bin unten. Da. Guck mal, wir haben ihn auch. Schauen wir mal. Guck dir noch was. Ui. Da ist wieder Schokolade. Ist da jemand? Freunde. Da gehe ich hier mal eine gute Frage. Was wurde das? Ich? Da warst du schon ganz schön brudern. Gut, Leute. Wie viel Speicherplatz haben wir mit? Äh. 37%. Oh ne. Das schon wieder. Hallo, dicke Mann. Ich will dich nicht mehr. Ich will dich nicht mehr. Ich will dich nicht mehr. Ey, ich wollte nur ein Interview führen. Du verfolgst mich nicht. Du fett. Du wächst auch. Ey, hörst du mich doch, Ilian? Ja. Ist er tot? Oh ne. Es kommt zu mir. Nein. Kommt zu mir. Nein. 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 Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Nein. Was ist denn? Oh nein, mein Puls. Oh nein, ich mach dir jetzt mal noch einen Abflug. Ich glaub, ich hab meine Aufgaben gut erledigt. Alle miteinander. Und die Jungen nicht mehr mit der Frau, der gar nicht ruhig war. Es ist krass, wie er das einfach normal spielt. Meine Stimme. Ist die so rot? Das frage ich mich auch. Egal. Ich hab wirklich mal einen. Hallo. Meine Stimme ist jetzt ein bisschen. Ja, ich nehme mich. Du fängst an mit deinem Video und dann machen wir mal. Okay. Schokolade. Guck mal. Da ist ein Knochen. Wie. Und du hast ihn sogar in der Hand. Wie. Das ist die erste Aufnahme. Oh, warte. Da ist ein Gehirn. Ah. Da hinten ist was. Da. Oh mein Gott. Was? Ich hab sie drauf. Ich hab sie drauf. Alle. Oh yes. Das wird Klicks bringen. Wir werden reich dadurch. Oh mein Gott. Da kommt auch noch einer. Da kommt auch noch einer. Oh mein Gott. Wie gut kommt. Alter. Das Video. Oh. 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 Wir gehen hier. Wir gehen hier lang. 2 Stück. Ah. Ah. Ich hab mich von meinem eigenen Schrei erschrocken. Hilfe. Ja. Eine Sekunde bevor du jetzt das andere reinlegst. Okay. Hallo. Guten Freunde. Wir gehen jetzt mal wieder in die Tiefen vom Content War. Ne? Wir sehen uns dann. Hol da rein. Oh. Das war's glaube ich. Ui. Was ist das denn? Ich hab sie. Eine kleine Kamera. Oh. Geil. Reviews. Okay. Wir müssen da jetzt noch einmal rein. Wir müssen da jetzt noch einmal rein. Mal gucken was auf uns zukommt. Ui. Die Kamera ist Arno. Okay. Ah. Da ist ein Spinn. Ah. Hilfe. Einmal eine Runde rennen. Ne? Oh. Die kommt. Was? Release mir nur ein oder wird steuerlich extrem? Wollnehm. Wie geht's Ihnen denn? Ich kann Ihnen denn? Ich kann Ihnen denn? Oh. Warum sind Sie so fett am Rotten? Bleib fern von mir. Bleib fern. Ah. Bleib fern. Ah. Ich bin unten. Interviews. Wie. Ich sag jemand. Oh ne. Das schon wieder. Hallo. Dicke Mann. Hey. Ich wollte ja nur ein Interview pfeln. Ui. Bist der tot? Oh ne. Es kommt zu mir. No. Der kommt m или. Nein. Also große H вкусologie. Yes. Merch Tschüs. Bo 주�mm тоже. Wo hoch gerade meine Stimme da war? Kampfschrei. Wir haben es geschafft. Wie laut war dieser Schrei. Ich hätte gesagt, wir spielen nichts mehr weiter, oder? Wir haben die erste Etappe jetzt geschafft. Ach, es gibt mehr, oder? Ja, ja. Die ersten 3.000 haben wir ja. Oh, wir haben den ersten Tag, Mann. 39.000 Aufrufe bräuchten wir beim... Aber Leute, das machen wir bei der vielleicht nächsten Folge auf dem zweiten Kanal. Wer weiß, gucken wir mal. Die ist bei euch angekommen, ob sie voll wollen wird, ne? Ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer eine positive Bewertung da. Abo den Kanal, okay? 87,7 Prozent. Das ist extrem viel, wirklich. Aber Leute, das war's mit der Folge. Alex, du hast das letzte Wort. Hau da rein, ne? Und ciao! Und da, ja, das war's mit der Folge.